So, wir sind wieder da. Wann ist das überhaupt zu Ende? Ich spür schon etwas länger. Das war jetzt irgendwie geblieben. Das auch. Die Nappe. Was ist denn da? 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 Aber man kann da hoch. Schon so. Das war schon startig. Nein. Ich glaube ich auch. Das ist ein Rekord, oder? Du kriegst Noten dafür. Oh. 7... Äh... 770... Ich habe 780. Also habe ich hier eine 1 plus 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 plus. Irgendwas. Okay. Das war ein Spiel, das sehr... Ja, witzig war. Irgendwie. Was ist das? Was ist denn da? Oh. Was ist denn da? Das ist eigentlich in Minecraft. Du musst abhaben. Ich kann gehen. Ach du kannst denn da... Was muss ich überhaupt machen? Keine Ahnung, ich fühle mich da erstmal durchprobieren. Ich glaube ich muss kämpfen. Ne, da solltest du dich nicht hinbringen. Battle. Battle. Weil du hast ne... Und jetzt? Weil du musst du mit der Hacke schlagen. Das kannst du noch nicht hinbringen. Ja, wie denn? Guck doch mal eingefroren. Ach so. Fertig. Ja, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Also jetzt aussehen, musst du Erze finden. Du hast Erze gefunden. Und am besten dich erstmal sicher halten. Ich finde es bisher zu langweilig. Das war ja nicht Minecraft-artig. Nur Mini-Version. Es ist gar nicht. Es ist langweilig. Minecraft ist nicht langweilig. Aber das ist zu langweilig. Viel zu langweilig. Du hast ja natürlich auch geguckt. Yuki. Yuno. Yuki. Bescheid. Anika hat so viele Mangas geguckt. Eindeutig. Das ist so langweilig. Was? Sag ich doch. Überall Monster. Mein Monster. Mein Monster ist hier. Ich muss da sein. Das ist ein Herz toll. Ein Herz. Ein Herz für Annika. Wer hat das denn schon? Was ist das denn schon? Ich werde sterben. Viel zu langweilig. Nein, auf die Hacke. Ja, wie hab ich das nochmal gemacht? Du musst auf die Hacke klicken. Ja, das stimmt. Schlimmer ist nicht. Ich wollte sterben. Fick. Dich. Nicht. Nein. Äh. Homo. Dich. Was habt ihr für Träume? Was hab ich? Er ist durch Träume von dir. Boah, wie kann man das so lange spielen? Das ist voll langweilig. Ja, ich hätte auch so viel schaffen können. Hab ich einfach gepackt. Ein neues Spiel. Action Games. Ja, Action Games. Shooter Games. Shooter Games. Boah. Sieht cool aus. Peine. Ich bin endlich mal wieder was mit Strichmenschen zu bleiben. Nichts mal mit Strichmenschen gespielt. Ja, und du war mit deinem Dings da. Wie nennt sich das? Äh. Ja, ich guck zu viel Animes und du zu viel... Nee, du guckst nichts. Du äh. Spielst zu viel. Platte gegen Zombies. Ich spiel das nicht mehr so oft. Ich hab nur... Ich hab nur eine Race... Aber ich find's hart dafür, 20 Euro auszugeben. Wieso? Wieso? Also, es hat sicher war es nicht gestillt. Die Branche. Ah, das spielt so geil aus. Du findest ja heiß, ne? Es scheint für 3 Spiele ausgelegt zu sein. Es scheint. Ja, und du frisst das wieder. Das Mädchen heißt, ne? Warte. Scheiße. Ich weiß gar nicht, wie laut das Spiel ist. Okay. Ich will den spielen. Oder sie. Oder so. Ah, sie! Ja, mir wär kalt. Ja. Schön. Also, ab jetzt. Vermute ich, ist es so zurück. Ja. 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 Die Musik. dick sexy was denkst du das ist dobbies sexy nice 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 ist der weiter den der die den die 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 Hey, ich muss doch mal überstehen, wenn du deine Kleine schießt. Ich fühl mich doch nicht mehr. Ich auch nicht! Was hast du auch gesagt? Anika hatte mich nämlich gerade gefragt, vielleicht kennt sie sich aus. Ja, warum sollt ihr sonst gehen? Wie kann ich gehen? Fick dich. Gib mir die Maus! Das Spiel verstehe ich nicht und Jacqueline auch nicht. Ich habe verstanden, wo muss die Frau aussehen. Wir hätten den Typ mit der Kiste nehmen sollen. Sportgangs, ich will Autofahren. Oh ja, Autofahren. Komm, lass uns bescheuert sein und Anika beim Autofahren zuschauen. Voll schlau. Anika und Autofahren. Ja, du und denken. Das ist ein Wunsch, der nie in Erfüllung geht. Ja, Autofahren. Du und Autofahren. Aha! Ich kann Autofahren! Ja! Oh, du kannst dich... Ah, willst du ein Gummibärchen? Ja, mein Gummibärchen! Stopp!